ja hallo und herzlich willkommen bei schwarzwald tv ihrem regionalen infokanal auf youtube ja hallo und herzlich willkommen bei schwarzwald tv ihrem regionalen infokanal auf youtube ich bin wieder unterwegs auf reportereinsatz für sie und wo ich bin das erfahren sie nach dem intro gerwil etwas ruhiger als am vergangenen samstag in waldshut war die stille demo am dienstag den 12 mai 2020 zwischen 17 uhr und 18 uhr in gerwil auf dem marktplatz auch mund nasen schutz wurde getragen welches laut veranstalter eine vorgabe des landratsamtes war 68 teilnehmer wurden gezählt angemeldet und genehmigt waren 50 daher wollen die verantwortlichen für den kommenden donnerstag 100 person anmelden alle weiteren details zur veranstaltung und die ziele die sie haben lesen sie in der video beschreibung hallo so Musik Danke fürs Beisein, gut weg bin ich. Musik 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 Musik